Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute schaue ich zurück auf diese zweite Season, die ich begonnen habe im Oktober letzten Jahres und die jetzt Ende Juli 2020 zu Ende geht. Ich habe in diesen Monaten 44 Videos produziert, worauf ich stolz bin. Ich bin stolz darauf, dass ich das durchgehalten habe, für jeden Samstag ein Video bereitzustellen und das, obwohl ich dann auch eine Weile doch ziemlich krank war, das freut mich und macht mich stolz. Bewährt hat sich, finde ich, in dieser zweiten Season, dass ich einen roten Faden gewählt habe, den roten Faden Roulant-Bart, Fragmente einer Sprache der Liebe. Und wenn ich im Oktober wieder beginne, ich mache jetzt Sommerpause, muss mich erholen und wieder Kraft und neue Gedanken schöpfen, diesen roten Faden will ich auch in der dritten Season beibehalten. Was für ein roter Faden es sein wird, das weiß ich noch nicht. Ich habe aber so eine vage Vorstellung. In der nächsten Season will ich, denke ich, verstärkt auch klassische deutsche Literatur besprechen, aber nach wie vor Literatur aus der Welt, aus Nicht-Europa. Viele Vorstellungen, die ich jetzt gemacht habe in der letzten Season, waren ja Romane aus nicht-europäischen Ländern, Hinweise, die ich vor allem dem Guardian entnommen habe, der eben die englischsprachige Weltliteratur im Blick hat. Und dann habe ich ganz zum Schluss auch sechs Romane in eine kleine Einheit getan, die ich genannt habe, Romane von und über People of Color. Das hat sich jetzt so ergeben, dass das genau in die Zeit fällt, wo die ganze westliche Welt vor allem, denke ich, aufgewühlt ist durch den Mord an George Floyd. Aber das war nicht der Anlass, diese Romane auszuwählen, sondern verursacht wurde die Auswahl durch zwei Momente. Zum einen, wie gesagt, durch eine Freundin aus Guinea-Bissaua, die mir gesagt hat, lies doch mal diese zwei Romane, die werden gerade sehr stark gehypt und die könnten dich interessieren. Und zum anderen durch Livestreams, die ich gemacht habe für meine Studenten, über Albert Camus' Die Pest. Und da kamen nun zwei Momente zusammen, die das dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, okay, ich mache mal eine ganz kleine Einheit über Literatur von und über People of Color. Und als ich das dann in die Wege geleitet habe, die Literatur gelesen habe, versucht, ein Skript zu schreiben für die einzelnen Videos, habe ich festgestellt, wie schwierig das ist, die richtigen Worte zu finden. Es ist so leicht, jemanden zu verletzen, jemanden zu diskriminieren. Und das wollte ich um keinen Preis. Und auf der anderen Seite ging und geht mir ein wenig diese Political Correctness auf den Geist, die sich jetzt breit macht und sich so auswirkt, dass man fast sich nicht mehr getraut, über manche Themen zu sprechen, weil man nicht weiß, oh Gott, verwende ich die richtigen Begriffe oder diskriminiere ich jemanden, trete ich jemanden auf den Schlips. Im Moment ist es so, dass Worte wie Etikette wirken, die man jemandem an die Brust heftet und schon ist er in die Schublade gesteckt. Schon bekommt er den Vorwurf, ein Antisemit zu sein oder ein Rassist zu sein oder eben Gender-Menschen diffamieren zu wollen. Wie findet man die richtigen Worte in Genderzeiten? Wie findet man die richtigen Worte in Zeiten, in denen immer mehr ethnische Minderheiten sich zu Wort melden oder auch ethnische Mehrheiten, die bis dahin sich nicht zu Wort melden konnten? Das ist eine große Schwierigkeit. Und man, ich bin oft ins Stottern geraten und tue das auch heute noch. Als alte Literaturwissenschaftlerin, die auch Bücher geschrieben hat, weiß ich, dass Worte immer in einem Kontext stehen. Und dieser Kontext kann ein Text sein, kann eine Literaturrichtung, Literaturgattung sein und ganz bestimmt stehen Worte in einem bestimmten kulturellen Umfeld. Und ich weiß, dass Worte Handlungen sind. Ich bin groß geworden mit der Sprechakttheorie, dass wenn ich etwas äußere, ich eine Tat tue. Eine Handlung vollziehe. Und so kann allein die Verwendung eines Wortes eine verletzende Handlung sein, wie ich jetzt auch verstärkt in Diskussionen mit Freundinnen erfahren habe, gelernt habe. Worte können diskriminierende Handlungen sein. Wichtig ist jedoch, dass das Entscheidende nicht die Worte sind, sondern die Handlungen. Und deshalb meine ich, dass man vielleicht auch Menschen, die nicht so wortgewandt sind und auch vielleicht nicht so genau Bescheid wissen, vielleicht auch etwas hilfloser sind, was ihre Wortwahl angeht, dass man diesen Menschen vielleicht doch mit ein wenig mehr Toleranz auch vielleicht gegenüber tritt und sie nicht sofort in die Schublade Rassist oder was auch immer steckt. nicht sich an einzelnen Worten festhaken, sondern versuchen, verstehen zu wollen, was jemand sagen will. Das ist das Wichtige. Nachfragen und auch dann korrigieren, wenn man der Meinung ist, dass das Gegenüber Dinge sagt, die man einfach nicht teilen kann. Aber doch das wieder etwas mehr hinhören, was will eigentlich mein Gegenüber sagen und weniger, was sagt er, welche Worte verwendet er. Ich habe mir also sechs Romane im Vergleich angesehen und habe mit Albert Camus einem Weißen angefangen und seinem Roman der Fremden. Und Camus ist so ein Fall. Camus ist für keinen Fall ein Rassist gewesen. Und er wollte für keinen Fall die Berber diskriminieren. Ganz im Gegenteil. Er hat ihnen helfen wollen auch. Aber er war in seiner Zeit ganz befangen und er konnte sich ein Algerien ohne Franzosen nicht vorstellen. Und ich denke, so hat er auch in einer gewissen Gedankenlosigkeit Worte verwandt, wie zum Beispiel das Wort Araber, das nun wirklich nicht angemessen ist, um seine algerischen Landsleute zu beschreiben. Und er ist ihnen wohl letztlich auch fremd geblieben. Er hat sich letztlich nicht gefragt, wie sie sich selbst benennen wollen, wie sie sich selbst sehen. Der zweite Roman, den ich mir angeschaut habe, stammte von Toni Morrison, Beloved, einer meiner Lieblingsromane. Und für mich ist Toni Morrison die Frau, die mir wirklich einen Einblick in die Seele verschafft hat von gefolterten, gemarterten Menschen. Wie diese Menschen immer in der Vergangenheit leben, nie in der Gegenwart und schon gar nicht in einer Zukunft, weil ihre Seele so schlimme Verletzungen ertragen mussten, dass sie darüber nicht hinwegkommen und dass diese Verletzungen dann auch wie Dämonen ihr Leben bevölkern können. Und auf der anderen Seite eine Sadie Smith, die mich lachen macht, die mich auch so erfreut, weil sie die Komik von Situationen, in denen Menschen aus unterschiedlichen Kulturen aufeinandertreffen, heraushebt. Wir leben in einer globalen Welt, wir leben in einer Multikulti-Welt und da kommt es zu Missverständnissen. Und diese Missverständnisse können einfach auch sehr komisch sein und müssen nicht immer nur auf das Verletzende hin beobachtet werden. Adichie, amerikaner, war für mich auch ein ganz wichtiger Roman, weil er mir die Probleme, die alltäglichen Probleme einer schwarzen Frau aufgezeigt hat, die in einer weißen Umgebung lebt, vor allem auch in den USA. Mit was für Vorurteilen sie konfrontiert ist, sublimen Vorurteilen, die sich in sehr negativen Handlungen, aber auch in positiven Handlungen zeigen, einfach in einem herausgehoben werden, in einer Liebe zur Exotik, die aber dann eben doch verletzt, weil sie das Gegenüber nicht selbstverständlich als Mitmenschen nimmt, sondern immer als Andersartigen heraushebt. Underground Railroad von Whitehead hat mir Horrorszenarien vor Augen geführt, neue Einblicke in die Grausamkeit gegen die schwarzen Sklaven in den USA im 19. Jahrhundert verschafft, von denen ich so noch nicht wusste. Und dann Marlon James, das war der härteste Brocken für mich. Konfrontiert wurde ich mit einem Text, den ich überhaupt nicht verstand, an dem ich auch Fragen hatte, die, wie ich dann in Gesprächen und in der Auseinandersetzung mit diesem Roman festgestellt habe, von vielen Vorurteilen meinerseits eben auch geprägt sind. Wie stark ich noch in Stereotypen des 20. Jahrhunderts verfangen bin, das hat mir diese Lektüre von Marlon James, Schwarzer Leopard und Roter Wolf deutlich gemacht. Das war's, was ich als Rückblick sagen wollte. Wir sehen uns wieder am 10. Oktober in diesem Jahr, hoffentlich in alter Frische.